hallo und herzlich willkommen zu true lies auf der sega mega drive irgendwas zum aufsammeln was übrigens nicht geht ist irgendwie dass der will ja nichts von mir dass man irgendwie schubladen öffnet oder so der will auch nichts von mir ich muss jetzt erst mal selber sagen ich brauche los baller in wahnsinniger und da steht ja die gegner weisen mir den weg das muss doch irgendwann mal zu ändern aber dann ist das ist besser wenn er sich im decken begegnet okay erlebt noch das ist zumindest schon mal das gute fleißig munition einsammeln ich glaube nämlich wenn ich hier keine munition mehr habe dann kann ich das total vergessen noch irgendwelche leute mit das sind auch bisher immer die gleichen gegner typen nur eben dass hier gegner in lauen mengen rauen mengen sind ich verstehe überhaupt nicht wo da hallo du schießt an ihm vorbei das war natürlich jetzt nicht so prickelnd wieso krieg ich keine energie hier ich glaube ich bin da runtergekommen jetzt wieder schnell tot verdammt ich merke nicht dass ich an dem vorbeischieße ich bin doch eigentlich kann ich ja ganz normal rausgehen so ich kann ja nun gerade durch runter meine güte das ist unfassbar das so weit habe ich das spiel noch nie gespielt gut work Harry heeding for my position the terrorist are get down here legal runter haben die sie jetzt selber terminiert oder wie das energie teil umlaufen Aber das ist Energie. Wie bescheuert. Das hat ja mich noch gerammt. So weit habe ich das noch nie gespielt. Aha, ich habe also den ersten Level geschafft. Und der nächste Level hier. Sieht ja genauso aus wie der erste, ungefähr, aber egal. Don't hit any of the civilization. Ja, das wäre das gleiche. Erschießt alle Zivilisten. Da ist Annalise, falls ich zu... Ah, Hilfe. Natürlich sehen die alle gleich aus wieder. Was für eine Seele ruhe, die hier noch normal rumlaufen, die Leute. So, ich glaube, das ist das letzte Video, was ich hier mache. So, die kann, brauche ich noch nicht nehmen. Das ist ein bisschen blöd. Man schießt manchmal an den Gegnern vorbei. Ähm, ach, ich nehme trotzdem das Medi weg. Was ich gerade sehr witzig fand, ist, dass die Gegner sich quasi gegenseitig eliminiert haben. Ich muss wohl übrigens gerade irgendwo einen geheimen Weg verpasst haben. Weil ich nämlich so eine Shotgun, wie wir die gerade gesehen haben... Wie, Granaten, Egoni oder was? Vielleicht sind ja noch Granaten geschmissen. Nein, was schmeißt denn hier die Granaten? Wollen Sie mal auf damit? Kann doch nicht wahr sein. Das heißt, das Problem ist so ein bisschen, er schießt ja immer nur in eine Richtung. Hallo? Da kann das schon mal passieren, dass der... Dump an sein... Nicht tot? Ach verdammt, da wäre Energie gewesen, das ist jetzt aber... Das ist aber unangenehm. Welcher Zeit sind beide jetzt? Ich sehe das aber auch so schlecht, weil es so ein heller Hintergrund ist hier. Ich glaube, wenn ich Continuous habe, dann... Was ist denn los hier? Ich bin so mal oben. Was komme ich denn da rein? Wie komme ich da links rein? Jetzt hauen Sie doch mal ab hier. Weil da nämlich Energie ist. Acht Minuten noch was, wenn ich das richtig sehe. Eigentlich ist das Spiel... Ja... Ja gut, ich gebe es dazu, es ist jetzt nicht die absolute Verheißung. Warum komme ich da rechts nicht rein? Müsse ich da von oben reinkommen? Ah doch, von oben. Da muss ich also links... Das hat schon ein bisschen was... Und wie komme ich nach links? Was bisschen was Open World mäßiges. Muss ich ehrlich zugeben. Ganz so mies finde ich das Spiel jetzt auch gar nicht. Hm. Achso, von hier. Ähm, wie war das Energie-Teil? Ja, da war das... Obwohl, ich habe noch volle Energie. Ich wollte schon sagen, da war das Timing nicht so gut. Ich beende mal hier das Video und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Ich weiß aber nicht, wie lange ich das hier noch spiele.